Es war eine neue, spannende Überraschung hier im größten Laufgeschäft, da es Jäger gab. Ja, das ist die Spaßfabrik, rein mit euch allen und viel Spaß in unserer Spaßfabrik, jawohl, rein in die Spaßfabrik, wir haben alle der Spaßfabrik. Das war es, was wir auch in dieser Reihe, die ich habe im größten Land, vielleicht auch in dieser Reihe, die ich glaube, wir haben in der Reihe, die ich habe im größten und wir haben in der Reihe. Und der andere hat das Brunnen, und wir gehen alles vorhin vorbei. Wieder alles in Ordnung und links. Jawoll! Hier in der Schafnuss, da geht es rund! Da zeigen wir euch, wo der Fluchstiel auf war! Und wieder zum Flügel! Jawoll! Und wiederhören jetzt... In 3 I... dass wir sowas in 4 ein... .... Ich habe das Gap noch lange... Und das alles... Ich habe das Gap noch... und ich habe die Gap noch lange. Ich hätte das Gap noch lange... Kaffee Untertitelung des ZDF, 2020